So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Warframe. So, wir machen Mission Auslöschung und zwar auf der Erde. Ja, und sie heißt Everest. Na dann? Did you hear that? It said... Cosmic Background Radiation is a riot. So, Everest und zwar los geht's. Sehr gut. Auslöschung. Auslöschung war das doch das, dass ich eine gewisse Anzahl an Feinden einfach nur umbringen muss. So viel ich das jetzt da noch in Erinnerung habe. Wir werden's eh gleich sehen. Die Map geht mir auch schon am Arsch. So, 28. Okay, gut. Ah, keine Angst. Kommt nur her. Alle 28 auf einmal. Das wär super. Die Waffe ist schon geil, Alter. Die Waffe ist besser als der Bogen, Alter. Oh, ich weiß mal, da hinten ist ein Spind. Ups. Das ist das Geile an dem Spiel. Du kannst dich fast überall eigentlich fortbewegen. Überall, wo du stehen kannst. Und sonstiges machen kannst. Schaut euch das an. Das ist geil. Das ist wirklich gut gemacht. Kommst überall hin. Kannst überall hingehen. Er schaut dich deppert an. Er ist leibern. So, da ist nix. Lade nach. Jo, 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 jo. Ich weiß zwar nicht, was ich gekauft habe, aber ich habe, glaube ich, die teure gekauft. Von den Maschinenpistolen. Und ich muss sagen, Respekt. Wirklich, Respekt. So, da hinten sollte es weitergehen. Ja. Zumindest wird da der rote Punkt angezeigt. So, da ist nix. Schwuppdiwupp. Das bringt sich auch nix. Aber da unten sollte es weitergehen. Okay. Und zwar da nach hinten. Oder? Doch, da. Tatsächlich, da ist er. Und da weitergehen. So, dann haben wir auch. Sonst noch irgendwer. So elf haben wir schon. Das ist ziemlich wenig. Bis jetzt. So. Nehmen wir alles mit. Das machen wir auch kaputt. Und blündern wir. So, dann haben wir auch. Da sind die nächsten zwei. Leibern. So, das haben wir auch. So, da hinten sollte noch irgendwo einer sein. Ah, da ist er eh. So, dann gehen wir weiter, würde ich vorschlagen. Diese Energiedinger sind eh immer voll bei mir. Sehr gut. Bis jetzt läuft's. Bis jetzt läuft's. Also das zählt nicht als Feind. Okay. Also es bleibt bei 21. Ich hab' mir gedacht, die zählen auch vielleicht. Leider Gottes nicht. So, den haben wir auch. Mit da jetzt noch die restlichen. Das wär' super. Also hätte man vielleicht rein theoretisch die Erde als erstes machen sollen. Und als erstes befreien sollen. Vielleicht kriege ich ja dann eine Quest. Könnte ja möglich sein. Ich weiß es nicht. Wir werden's dann eh sehen. Es sind ja nicht mehr allzu viele. Aufgaben, die wir jetzt dann noch da auf der Erde befinden. So, wir sollen da weiter nach hinten gehen. Und drei fehlen wir halt noch. Dann haben wir's. Wieder so eine Karte. Okay. So, zwei noch. Da hinten ist einer. Und da hinten war der letzte. Den hab ich eh schon gesehen. Da ist er. So, da oben ist dieser Abholpunkt. Dann haben wir's eh nicht so weit, Gott sei Dank. Die Hunde nehmen wir uns noch mit. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Das ist super. Den ich nehmen wir auch noch gleich mit. Ah, zuerstellen wir noch das Ding da, würde ich sagen. So, das haben wir auch fertig. So, und jetzt gehen wir wieder zurück. Wir sind wieder fertig. Mit der herrlichen Mission hier. Gut work, Tina. oder excellent work, Tina. Passt schon. Und ab geht's. Schaut euch den Park an. Ich war jetzt ganz auf der Seite. So. Was machen wir als nächstes? Das ist die große Frage. Jetzt wird ja immer wieder was freigeschalten hier. Das wird jetzt nix bringen. Nein. Nein. Nächste. Äh, das ist, äh, äh, das ist irregulär. Orders. Von who? Let me see your authorization. Äh, order. Ja, I need to call this one. Ja, genau. Du mich auch. So, Erde. Everest haben wir fertig. Jetzt können wir den Pazifik machen. Mir fehlen noch vier Missionen. Also das, das, das. Und was das vierte ist, weiß ich nicht. Vielleicht Erpo. Das könnte sein. Okay, auf jeden Fall machen wir jetzt das. Was ist das? Gefangenname. Okay, einfach wieder wenn hinterherrennen und im Niederhauen. Fertig aus. Das machen wir im nächsten Padao allerdings. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.